Jetzt sind wir im zweiten Level und jetzt kommt auch... Warte kurz, warte kurz, ich stehe jetzt um. Ja, stell rum, alles gut, alles gut, wir haben Zeit. Aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass wir gleich an einen der ikonischen Gegner der Videospielgeschichte kommen. Beziehungsweise, vielleicht kennst du den auch schon so als Meme, diesen Gegner, oder hast du schon mal gehört. Wie gesagt, ich werde es dir nicht sagen. Gut, jetzt müssen wir hier raus. So, zack, zack. Aber ich lasse dich mal vorgehen. Lass dich mal ein Stück vorgehen. Ich bleibe hinter dir, alles gut. Ich will sehen, dass du... Ich nehme nicht das Messer. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ich würde hierbleiben an deiner Stelle. Ich würde an deiner Stelle hierbleiben. Ach, ich mach das, keine Sorge. Oh, Alter, wie viele das sind! Ja, das sind die Kamikaze, die ikonischen Gegner in Serious, Sam. Merke schon. Die laufen halt einfach nur auf dich zu und explodieren dann. Und explodieren dann auch, wenn sie sterben, ne? Ach, was, wir müssen den hinteren gehen, die machen viel Schaden. Nice. Da wird sie auf Kinder gesteckt, die sie hier überall Lolli drum, Alter. Ja, und das sind die Wehrbullen. Bei den Wehrbullen musstest du immer so machen, kurz bevor sie auf dich zustimmen, musst du zur Seite laufen. Damit sie halt, ne, damit sie dich halt nicht erwischen. Jedes, jeder Gegner... Kriegen wir alles noch. Jeder Gegner hat so seine eigenen Muster und so, wie du halt mit denen umgehen musst, ne? Und das macht dieses Reserje halt besonders. Bei den Klairs musst du auch immer kurz vorher, bevor ihr auf dich zuspringt, in der Ladung Schrot verpassen und halt zur Seite ausweichen, ne? Oder halt vorher töten, ne? So. Aber das geht schon. Machst du auch Headshots mehr Damage, ja, ne? Nein, nein, das gibt's im Spiel nicht. Aber hier gibt's kein Headshots? Nein, das gibt's im Spiel nicht. Brauchst dir keine Mühe geben, Headshots zu machen, das gibt's im Spiel nicht. Eudul sind ja richtig stark hier. Ja, aber gut, das sind ja alles noch, das sind ja alles noch schwache Gegner, ne? Oh, pass auf, ganz viele Kamikaze, ganz viele Kamikaze. Ja, ich bin ein bisschen Damage. Ah! Oh, der ist immer Damage. Ja, gut, ich hab immer noch, äh, ich hab immer noch, äh, 185, 11. Ne, dann, Leute. Ähm, hier oben ist ein schönes Secret. Überall michs Leben nicht behalten, by the way, ne? Pass auf, pass auf, geht zurück, geht zurück, geht zurück, da kommen jetzt Harpchen raus. Harpchen? Ja, Harpchen. Okay. Also, sollten eigentlich, weil sie uns noch nicht gesehen haben. Hast du die Raketen mehr vernehmen? Äh, nein, nein. Ja, pass auf, jetzt kommen sie raus, ich hab sie rausgelockt, ich hab sie rausgelockt. Ja, war gar nicht schlecht, die Rakete. Die können auch Fernkampf machen, aber du musst halt... Ja, die war gleich weg. Ah! Ähm, ja. Hier ist ein Secret, das sind Pickups und so. Äh, hier übrigens schon, wäre übrigens schon das nächste Secret hier einfach über den Hügel gehen. Aber sollte man hier nicht lang, oder was? Nein, das ist, das ist ein Secret hier. Hier kriegst du auch schon gleich eine neue Waffe, eine geheime Waffe. Also eine, die wir noch gar nicht kriegen sollten. Okay. Oder kriegen wir die hier schon? Ne, die kriegen wir hier noch nicht. Ah, hab ich falsch erinnert. Ich hör Harpion. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich merk schon, ähm, jeder Gegner hat auch seine eigenen Sounds und, ne, woran du die erkennst, ihre Idolsounds, also wenn sie halt nichts machen, wenn sie halt nur rumstehen. Ja. Diese Harp, das ist halt das Idolsounds der Harpion, den du. Naja, die kommen aus den Bergen. Manchmal werden auch, äh, Secrets mit richtig vielen Gegnern bestraft. Es gibt halt manchmal so wirklich in diesem Spiel, das wirst du in Deal-Level noch kennenlernen. Der hat dich voll erwischt. Äh, die... Ich kann mich gar nicht belehnen. Naja. Da gibt's auch, äh, diese Ein-Health-Pick-Ups. Da kriegst du nur Ein-Health, wirst aber mit richtig vielen Gegnern bestraft. Also, ne? Die laufen wir aus, oder? Nö. Weiß ich nicht. Vielleicht lass ich dich ja reinlaufen. Junge. Ne, wir wollen ja durchkommen, ne? Wir wollen ja durchkommen. So. Ja. Irgendwann wieder zurück. Aber wir teilen uns ja die nebenzu, von daher hast du nichts davon, mich zu treuen. Ich glaube, wir teilen hier uns, ja. Wir haben gemeinsame Leben, also ja, wir teilen die uns. Ich konnte die Rüstung gar nicht aufnehmen, weil ich noch über 100 hab. Der Typ hat mir grad überviel gezogen. Jaja. Ich hab mich nicht gebrauchen, was ist er für den Larry? Naja, die haben, sie sind halt schon, sie haben, oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, die nehmen dich richtig auf. Ah! Scheiße. Also, ich würde dir da die Schrubflinte empfehlen. Also, nimm die nicht mit Pistole, weil dann schießt du dich tot. Nimm die Schrubflinte. Du hast, ich hab 73 Schuss davon. Du solltest auch. Du solltest auch anbekommen? Na, ich hab noch 155 Health und 40 Rüstung. Ich, jetzt kann ich aber die Rüstung aufnehmen, die ich vorher nicht aufnehmen konnte. Siehst du, jetzt konnte ich sie aufnehmen. Gut, hier geht's weiter. So. Bist du, ach, da bist du schon, bist du schon da unten. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm. Kommt ihr da welche wie raus oder so? Ah, es ist schade, dass hier einige Sätze, einige Sprüche nicht richtig getriggert werden. Vielleicht hat er sie, vielleicht wurde er bei dir getriggert. Äh. Ja, 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 okay, da wurde er bei dir getriggert. Sehr gut, da wurde er bei dir getriggert. Pass auf, pass auf, zurück, 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 zurück. Ähm. Das kam ein bisschen unerwartet, dass da so ein Felsong von mir runterkommt. Alter, was war das denn? Eileen Chris ist verschollen. Hat er bei dir die Indiana Jones Melodie gefiffen? Nee, hab ich mir auch nicht gehabt. Ja, das kommt eigentlich an der Stelle, dann pfeift er die Indiana Jones Melodie. Ja, lass mich auch vorwachen können, dass du das schön fällst. Geht euch, der Sack, geht zurück, geht zurück, geht zurück. So leicht willst du ja auch nicht machen, weißt du? Äh, pass auf, hier kommt gleich ein Claire. Hier kommt gleich ein Claire. Du musst ihn auch zwei leben, ne? Ich hab nur noch zwei, ja, ja. Da musst du, wie gesagt, die Claire's musst du mit der Schrubflinte, wenn sie ganz nahe dran sind, gibst du ihnen eine Ladung, dann sind die sofort tot. So, wir gehen rein. Da empfehle ich dir sehr gut, die leichte Schrubflinte, weil, äh, die halten nicht sehr viel aus und die ist halt einfach schneller, ne? So, jetzt kommt ein schöner Kampf jetzt hier, der erste Arena-Kampf. Okay. Darf ich vorstellen? Darf ich vorstellen, die Marschhoppers! Oh, du hast ein Secret gefunden übrigens, gerade, ne? Das sind die Marschhoppers oder die, die grünen Hüpfer. Du hast übrigens gerade eine geheime Waffe gefunden, ne? Hier, hol dir die Maschinenpistole. Ja, Mann, nice. Die Tommy Gun. Aber wie gesagt, du hast jetzt erstmal nur die Munition, die du hast, ne? Also, naja, das hast du, weil du hier gegen die Wand gerannt bist, hast du das versehentlich geöffnet. Aber hast du gut gemacht, alles gut. Hast du gut gemacht. Ja, das war's übrigens, das war schon mal die kleine erste Arena. Ich glaube, wir können weiter. Haben wir hier rein, das geheime Waffe? Nee, nee, ist eh nichts mehr drin. Der hat das rausgeschubst, der hat das rausgeschubst, was da drin war. Hier geht's weiter. Ist der auf der anderen Seite auch so ein Lager? Nein, ich glaube nicht. Du hast versucht, versucht. Nee, nee. Das wäre zu einfach, glaube ich. Ja, das sind die Gnas. Die, äh, wollen nicht halt einfach einen Marktkampf attackieren, ne? Eigentlich die schwächsten Gegner im Spiel, mehr oder weniger. Ja. Solange du eigentlich nur rückwärts läufst oder keine Ahnung in die Richtung. Oh mein Gott, ich bin getampflicht. Äh, hier ist übrigens... Oh, du hast ein Secret gefunden. Ja, musst du hier rüberspringen und dann kriegst du eine hunderte Rüstung. Oh, wir haben uns ein Leben wiederbekommen, übrigens, ne? Hunderte Rüstung, wie gesagt. Also, das Erkunden wird definitiv belohnt. Das wird definitiv belohnt in dem Spiel. Äh... Ja, gehen wir mal weiter. Ja. Ja. Nice. Hier geht's weiter. Ah, hier sind sogar Münzen. Das ist interessant. Wie gesagt, die gibt's... Normal ist ein Singleplayer nicht, diese Münzen hier, ne? Ich bringe nur irgendwas Koffen davon. Nee, wir kriegen dafür Leben. Denk ich mal. Also, gegen diese Marschhopper, gegen diese grünen Viecher, ist die Maschinenpistole sehr zu empfehlen, weil es ist ein Schuss und die sind tot damit. Ja. Ah! Ich hab halt übel wenig Leben noch. Ja. Hier ist ein bisschen hell. Sind wir wieder draußen? Da will ich schon, weil ich muss das Waffen wechseln. Ja, du kannst auch mit den Zahlen wechseln, ne? Du kannst auch mit den Zahlen. Ja? Okay. Naja, du musst aber halt, ne? Eins ist Messer, zwei sind die Doppelpistolen, drei sind die Schrumpflinten, vier ist Maschinengewehr, fünf ist Raketenwerfer, so wie halt in klassischen Shootern halt, ne? Pass auf, Kamikaze. Nein. Pass auf die Bullen auf, pass auf den Bullen auf. Versuch. Da musst du seitlich ausweichen, soweit er kommt, ne? Wie gesagt, jeder Gegner hat so seine, seine Muster. Ich weiß, in der Einrichtung. Ja, naja. Das ist so eine Parts, werden wir übrigens auch noch bekommen, wo sie wirklich aus allen Richtungen kommen, ne? Das wird sehr nice, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, da. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, stein, 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 stein. Oh nein, also du musst auch so vorläufig, kann dich gar nicht warnen, du. Oh, what the fuck. Äh, oh, shit. Die sind hart, die holen sie mir. Der Gegner ist, oh, ist ein Leben. Ich hab ein extra Leben gesammelt. Oh, da war auch ein Stein. Ja, da war übrigens ein Claire schön hinter dir gewesen, ne? Ich glaube, eine Sekunde Spawn Protection habe ich drin, also eine Sekunde dürfte nichts passieren nach Spawn. Ja. Hier ist noch eine Rüstung oben. Oh, pass auf, pass auf. Hier kommt irgendwie ein komischer Lecker, Alter. Ja, ja, der schießt mit Laser, da musst du auch mehr seitlich schön ausweichen, ne? Ja. Also, die meisten Gegner im Spiel sind keine, die haben keine Hitscan-Waffen. Du kannst immer ausweichen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die wirst du wahrscheinlich im nächsten Level kennenlernen. Ähm. War das schon das Level, oder was? Äh, ich glaube, war's das schon? Geht's nach runter? Ne, ne, das war's noch nicht. Ein bisschen kommt noch. Wie gesagt, das sind jetzt die ersten Level, die sind sehr kurz. Doch, das war's. Das war's. Zack. Ende. Tschüss.